Konstantinopel, die Hauptstadt des großartigen byzantinischen Kaiserreichs. Dies seht ihr hier, allerdings nicht besonders groß, 33 Entwicklungen, könnte größer sein. Bis jetzt haben wir uns noch nicht dafür entschieden, mehr zu investieren. Ja, wir sind hier wieder mal zurück im byzantinischen Reich. Ich sehe hier sind noch 2000 Männer, die hier hinkommen. Wir wollen ja einen großen Krieg machen gegen Österreich-Ungarn. Da brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können. Ich würde auch gerne nochmal ein Regimentscamp bauen. Castoria. Weil wir über dem Armeelimit leicht sind und ich möchte keine unnötigen Kosten haben. So, wenn wir jetzt Krieg führen, werden wir dann die Kriegsteuer erlassen. Dass der Armeeunterhalt deutlich geringer wird. Der kostet nämlich sehr viel derzeit. Ja, wir können nur hoffen, dass wir dann stark genug sind. Sind jetzt die Schiffe eigentlich schon... Ne, die Schiffe... Achso, brauchen wir überhaupt... Brauchen wir überhaupt die Schiffe, die wir einfahren müssen? Eigentlich gibt es ja nur die ungarische Flotte hier. Und ein paar Österreicher. Na, die Galeonen werden hier gerade noch verbessert. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht direkt. Wir haben ja viele Galeeren. Die schicke ich mal dorthin. Das einmal weg. Hier können wir derzeit nicht mehr machen. So, dann, liebe Freunde, ist es wohl soweit. Wir werden den Krieg erklären, holen die Niederländer dazu. Der Rest geht leider nicht. Und wir hoffen mal, dass die Niederländer ordentlich hier uns helfen und uns unterstützen. Die Österreicher haben aber viele Verbündete, oder? Ja, Spanien vor allem. Das geht nicht. Also Niederlande dazu. Und wir wollen... Dalmatien hier erobern. Und noch andere Gebiete. Wir bestätigen es. Und bevor ich es vergesse... Kriegsteuer erheben. Das können wir uns derzeit auch leisten. Wir haben genügend militärische Macht. So, wir bleiben mal hier nahe beieinander mit unseren Armeen. Hier sind die Österreicher. Die müssten jetzt gleich in einen Flottenkampf mit uns kommen. Damit können wir gleich mal vier ihrer leichten Schiffe vernichten. Jawohl, sehr gut. Ausgezeichnet. So weit, so gut. Gut, was ist denn hier los? Tunesien im Krieg mit Spanien. Oha. Da holen sich die Spanier wieder neue Kolonien. Wir wollen doch auch gegen Tunesien kämpfen. Mir ist übrigens aufgefallen, wenn wir mal hier die Technologie uns geholt haben, sollten wir auch die Diplomatiepunkte dafür nutzen, um hier nicht akzeptierte Kulturen zu akzeptieren. Da haben wir einige in unserem Reich, die da sinnvoll sind. So, dann halten wir mal alles ein bisschen im Blick. Ja, hier unten gab es auch noch ein paar leichte Schiffe, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Eine Konvertierung war erfolgreich. Sowohl das Volk als auch eure Berater. Ihr habt eine talentierte und ehrgeizige Tochter, die mit ihrem Verstand und ihrer Gerissenheit sowohl ausländische Adelige als auch eure persönlichen Berater beeindruckt hat. Ist es nicht an der Zeit, sie als euren Thronfolger in Betracht zu ziehen? 3-3-5 Ja. Militärisch scheinbar auch sehr stark. Im Alter von 13. Sie wäre ein exzellenter Herrscher. Was wäre denn ein guter Name? Julia. Ein schöner, starker, römischer, weiblicher Name. Wunderbar. Die Nachfolge ist gesichert. Es droht kein Krieg der Personalunion mehr. Und wir akzeptieren auch eine Frau als Nachfolgerin. Wir sind sehr modern. So, die Niederländer besetzen hier schon. Und unser Kaiser ist ein ruhiger Mann, deswegen Kostenstabilität billiger. Wir haben gleich die erste Festung hier gewonnen. Sehr gut. Also eigentlich müssten wir tatsächlich so schnell wie es geht die Österreicher rausbekommen. Dann marschieren wir hier mal nach Kärnten. Mit unseren Truppen. Ich frage mich nur gerade, wo sind die Ungarn? Mal ernsthaft, ich sehe jetzt gerade nur die österreichische Armee hier. Wo sind die Ungarn? Mit den großen Armeen. Und unser Kaiser ist auch noch gutherzig. Kriegsmüdigkeit, die geringer ist. Sehr gut. Das ist ja fantastisch. Fantastische Neuigkeiten. So, wenn es gut läuft, erobern wir hier auch noch Kärnten recht schnell. Da möchte ich jetzt mal was überprüfen. Artillerie. Zwölf und 15 Artilleristen würden es hinmachen. Wir haben neun. Dann, ähm, schicken wir doch nochmal die, dann geht's noch schneller. Auch wenn der Verschleiß recht hoch ist. Dann sollten wir vielleicht was gegen den Verschleiß dann doch tun. 9. November. Wir haben die Belagerung von Dalmatien gewonnen. Oh, da sollten wir jetzt unsere Großkampfschiffe mit in den Kampf schicken. Unbedingt. Und eventuell sogar mit der Armee noch nach Wien gleich marschieren. Das ist glaube ich ein ganz guter Plan. Dann muss aber Ferrara standhalten. Das ist wichtig. Ja, die Flottenschlaft ist vorbei. Es gab aber keine Verluste auf beiden Seiten. Oh, und schaut mal, hier ist eine österreichische Flotte, aber es sind nur Transportschiffe. Die können wir vernichten. Sehr schön. So, und wir erobern hier erste Gebiete. Ich frage mich immer noch, wo die ungarischen Armeen sind. Hier gibt's einen kleinen Flottenkampf. Wir haben das jetzt aber alles relativ stark unter Kontrolle, würde ich mal behaupten. Also Österreich sollte gleich zur Hälfte besetzt sein. Wenigstens die starken Festungen. Da oben 1000 Ungarn. Das ist aber, ich weiß es immer noch nicht, wo die sind. Nicht so stark. Wir setzen hier mal ein paar Gebiete noch. Dann aber lieber andersrum, bitte. Ja. Hier auch noch. Gebiete, 0% jeweils. Und hier immer noch minus 35. Also wenn die drei Festungen fallen, dann können wir Frieden schließen. Und jetzt sehen wir mal endlich, wo die Ungarn sind. Im Westen sind die Ungarn. Das bin ich natürlich hier weggelaufen. Das ist ganz blöd. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Kann ich schon einen Gewaltmarsch machen? Das machen wir. Ich muss schnell wieder zurück in den Kampf hier. Oh, hoffentlich halten die durch. Jetzt kommen nämlich die Österreicher auch. Jetzt müssen wir hier alles in den Kampf werfen, was geht. Weil wir kämpfen hier erstmal in Unterzahl unten mit einem Gelände-Malus von minus 2. Oh Gott, da kommen auch noch weitere Ungarn. Ach du Schande. Ach du Schande. Können wir noch irgendwas machen? Oh, es gibt keinen guten, keinen guten Pirater, den wir uns leisten können. Und wir können auch nicht die Ikone derzeit wechseln, oder? Nein, wir haben nicht genügend... Ah, verdammt. Das wird eine enge Kiste. Oh, Gottes Willen. Das wird eine enge Kiste. Und wir haben eine... Ja, wir haben 40.000 Rebellen. Verdammt, das ist nicht gut. Oh Gott, da kommen lauter Feinde noch. Die Schlacht verlieren wir. Wenn da jetzt nicht Wunder was passiert, dann verlieren wir die Schlacht. Wir haben leider keinen guten neuen Berater bekommen. Ja, die Feinde sind gerade überlegen. Ist Frankfurt in dem Krieg? Nein. Boah, das ist eine knappe Schlacht. Wann sehe ich denn hier, wann wir den neuen Berater bekommen können? Oh je. Wenn wir die Schlacht hier nicht mal verlieren. 25. Februar. Aber es sind nur 1.000 Truppen, die wir noch bekommen. Wir würfeln aber auch so schlecht. Null. Komm, würfel doch nochmal was Gutes. Können wir das nicht nochmal rumreißen? Wie sieht's denn hier jetzt aus? Wahrscheinlich erst im neuen Monat. Ach du Schande. Wenn die Festung hier nur gefallen wäre, hätten uns die Niederländer helfen können. Komm schon durchhalten, Männer. Wartet bis zum nächsten Monat. Haltet durch. Wir haben den nächsten Monat. Haben wir vielleicht jetzt einen neuen Berater? Keinen guten. Wieder nur Festungsverteidigung. Ärgerlich. Niemand mit Moral oder Disziplin. Ja, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Jetzt müssen wir hoffen. 1.000 Mann kommen noch. Das ist aber fast nichts. Der Feind hat 10.000 Mann mehr und mehr Moral als wir. Also eigentlich verlieren wir diese Schlacht. Ja, verdammt. Wir haben tatsächlich die Schlacht verloren. Oh, und die 1.000 Mann hier verlieren wir auch noch. Ah, und ich frage mich, wo die Ungarn die ganze Zeit waren. Wir hätten hier fast beide Festungen erobern können. Jetzt müssen wir uns hier leider vollständig zurückziehen einmal. Gewaltmarsch können wir auch nicht machen. Egal wohin mal wir marschieren. Wir kommen nicht rechtzeitig. Okay, jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Verdammt. Ja, gleich mal ein Schlag ins Gesicht hier. Die 1.000 Männer sterben und wir haben auch noch Rebellen. Ja, und jetzt wollen sie natürlich hier wieder besetzen. Ich hoffe, dass die Festung hier Prag sehr bald fällt. Und das kann doch nicht wahr sein. Ich will hier einen besseren Berater. Das gibt's doch nicht. Oh, die verfolgen uns. Was wir im Anspruch auf Mantua verloren. Dann sollten wir wohl wieder mal ein Spionagenetzwerk hier bauen. Und das hier mal weg. Und vielleicht auch ein Spionagenetzwerk bei Österreich. Dann fallen die Festungen, glaube ich, auch schneller. Das gibt's doch nicht. Erwischen die jetzt echt unsere 3.000 Männer noch? Oh, komm schon. Kein Glück heute. Kein Glück. Und vielleicht noch ein bisschen Pech. Nochmal 3.000, die hier sterben. Sinnlos. Und wir haben keine Rekrutenreserve. 2. Mai. Ja, bis dahin sind die Geschichte. Bis dahin können wir es nicht zurückziehen. Nee. Oh je, Leute. Oh je. Dafür ist die Kolonie hier mal selbst erhaltend. Wird auch Zeit. Wird auch Zeit. Hier können wir nochmal was machen. Prag ist endlich gefallen. Ah, die Schlacht war echt ärgerlich. Wir können trotzdem die Österreicher noch nicht aus dem Krieg hier rausholen. Ziehen uns mal noch ein bisschen weiter zurück. So, ja. Und wir haben jetzt natürlich keine Rekrutenreserve mehr. Um jetzt hier schnell vorzurücken. Oha. Ah, aber Moldawien besetzt hier ungarische Gebiete. Das ist schon mal sehr gut. Ferrara fällt aber bald minus 7%. Aber die Niederländer, die wollen Wien belagern. Aber unsere Moral hier muss ich jetzt erstmal noch erholen, bevor wir noch schneller vorrücken können. Sonst ist das zu gefährlich. So. Wir marschieren mal nach Wien. Weil wir müssen jetzt ganz schnell einfach die Hauptstadt erobern. Bevor Ferrara fällt. Ja, hier ist Podolien erobert worden. Sehr schön. So, ich hoffe die Moral regeneriert sich schnell bei unseren Leuten. Ja, und die Rebellen in Anatolien sind natürlich sehr erfolgreich. So, ich werde natürlich hier mal jetzt... Wir wollen ja nicht alles verlieren. Das hier wieder rausziehen. Oh Gott, hier haben wir auch nullmal Artillerie. Ach, herrje. So, jetzt müssen wir aber echt aufpassen, wo hier die Feinde... ...marschieren. Wir haben Kernprovinzen bekommen. Oh nein, und die Belagerung von Ferrara haben wir verloren. Ach, herrje. Das war zu früh, weil jetzt können 52.000 Männer auf uns losmarschieren. Marschieren die auch schon? Ne, die marschieren jetzt erstmal noch nach Westen. Ich soll ihn bitte nach Florenz gehen. Ist das eigentlich unser bester Belagerer? Drei. Ja. Das ist der beste, den wir haben. Oh Gott, jetzt haben die Österreicher hier auch noch Bauern aufstanden. Wir müssen einfach Wien erobern. Dann können wir hoffentlich mit Österreich schnell einen Frieden schließen. Und um Ungarn sollten wir uns dann hoffentlich kümmern können. Wir müssen Übungsplätze bauen in Neapel. Und Kosovo. So, 42%. Kommt schon, Leute. Ja, verdammt. Die Belagerung von Podolien haben wir leider wieder verloren. Oh, oh. Und hier marschieren 22.000 Ungarn. Okay. 42%. Fällt es? Ah, noch nicht. Aber hier wollen sie angreifen. Wir haben aber mehr Galeeren und auch noch fünf Großkampfschiffe. Oh, hier sind auch nochmal drei Galeeren. Die müssen wir auch noch dazu holen. Und hier sind unsere Transportschiffe. Rumpfstärke der Schiffe erhöht. Sehr gut. Ja, die Rebellen hier. Da müssen wir aufpassen. Ja, die Forderungen dauern noch ein bisschen. Bis die, die sie durchsetzen können. Wann fällt Wien ist die entscheidende Frage, liebe Freunde. Wann fällt Wien? Ich traue mich jetzt irgendwie nicht nach Kärnten, muss ich sagen. Auch ohne Kanonen würde das viel zu lange dauern. Ich werde mich jetzt hier trotzdem mal ein bisschen raustrauen. Und wir hoffen alle, dass Wien jetzt fällt. Los. Jawoll. Kaufleute wurden von Spanien verleugnet. Das ist jetzt irrelevant. Wir können auch noch eine Technologie machen. Endlich. Die Diplomaten-Technologie. Sehr wichtig. Für die spätere Kolonisierung. So, jetzt hoffen wir doch mal. Ja, wir können Frieden machen mit Österreich. Sehr gut. Kriegsreparationen. Ausgezeichnet. Wir brauchen wieder Geld. Brauchen wir eigentlich Gebiete von den Österreichern? Schauen wir mal ganz kurz. Missionen. Ähm. Wo sind wir denn hier jetzt? Erobert den Balkan. Ja. Also die Eroberung des Balkans, die geht bis Lika. Nördliche Grenzen. Die bedeuten auch noch Krein und Götz. Ja, wir werden aber wahrscheinlich nicht Krein und Götz beide bekommen, schätze ich mal. Weil wir die Feste und Kärnten glaube ich nicht haben. Vernichtet Venedig. Dann bräuchten wir auch noch früher... Oh Gott, wir brauchen diese ganzen Gebiete. Götz? Ne, das machen sie nicht. Aber ganz knapp nur nicht. Okay, also Götz könnten wir bekommen. Achso, ne, aber das macht keinen Sinn tatsächlich. Weil wir sonst so hohe aggressive Expansionen haben und Kosten... Mh, ne. Das machen wir in einem weiteren Krieg dann mal. Das heißt, ich mache jetzt lieber Kriegsreparationen und die sollen ihr Bündnis mit Spanien aufkündigen. Und ich hätte gerne noch viel Geld. Ah, so viel Geld ist leider gar nicht möglich. Schade. Das Bündnis mit Ungarn, das können sie von mir aus erstmal noch behalten. So, wir schließen Frieden mit Österreich. Puh, okay, das war jetzt schon mal sehr wichtig. Jetzt müssen wir gegen die Ungarn nur noch vorgehen. Hier sind 31.000 und 22.000. Ähm. Kommen wir jetzt... Können wir hier einfach durch Österreich durchmarschieren? Scheinbar schon. Seltsamerweise. So, das heißt, jetzt müssen wir nur noch die... Oh, nein! Wir haben aber auch kein Glück. Die österreichischen Bauern, ausgerechnet jetzt. Wartet mal, können wir hier Gewaltmarsch machen? Gibt's doch gar nicht. Nicht mal mit Gewaltmarsch kommen wir hier noch weg. Jetzt müssen wir echt noch gegen die österreichischen Bauern kämpfen. Ah, meine Güte. Also heute wollen... Wollen die uns hier wirklich fertig machen, habe ich das Gefühl. Ja, die Bauern besiegen wir natürlich, aber... Das sind sinnlose Verluste. Und das dauert auch ewig. Ewige sinnlose Verluste. So. Wir marschieren jetzt mit den Armeen hier erstmal. Dorthin. Oh, und hier kämpft Moldavin gegen Ungarn, aber die werden diese Schlacht wohl oder übel verlieren, Freunde. Ja. So, aber wir haben jetzt nur noch Ungarn als Gegner und haben die Niederländer noch auf unserer Seite. Das müssten wir eigentlich jetzt schon gut drehen können, das Ganze. Äh, genau. Und Spionagenetzwerk wenigstens in Ungarn jetzt mal noch bauen. Können wir da jetzt echt durchmarschieren? Obwohl die die Festung von uns erobert haben? Das ist aber kurios, wie ich finde. Wo laufen denn jetzt die Niederländer hin? So, wir greifen da jetzt an. Uh, da sind ja noch die restlichen ungarischen Truppen. Ah, und wir haben aber wieder hier kein Glück. Rekrutenreserve brauche ich auch nicht. Hier kommt es jetzt wieder zur Schlacht. Oder sollte ich lieber sagen Schlachtbank. Diesmal sind wir aber besser. Wir haben weniger Disziplin, aber mehr Moral und den Geländevorteil. Und die Niederländer kommen noch. Auch wenn sie sehr spät derzeit kommen. So, jetzt schauen wir mal in Ruhe die Schlacht noch an. Ja, die Niederländer kommen. Wir verlieren beide viele Truppen. Es ist, glaube ich, gut, dass die Niederländer kommen, aber wir gewinnen die Schlacht noch. Wir könnten die Schlacht vorher noch gewinnen, oder? Mit den Niederländern jetzt auf jeden Fall. So. Sehr schön, die Schlacht ist gewonnen und wir haben Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ausgezeichnet. So, dann müssen wir mal Ferrara zurückerobern. Oh, wir werden richtig Probleme haben mit unserer Rekrutenreserve für die nächsten Jahre. Deswegen gleich mal wieder Geld investieren und Übungsplätze bauen. Jawohl. Da, wo es sinnvoll ist, werden die gebaut. So, Ferrara wird gerade zurückerobert. Okay, währenddessen ist der Rest in Ordnung hier. Unsere Moral erhöht sich auch. So, ich hoffe, die Niederländer kümmern sich auch mal noch ein bisschen um Ungarn. Ja, verfolgt sie, Niederländer. Aber vielleicht mit mehr Truppen. Ihr habt ein bisschen wenig Truppen, habe ich... Ah, ja. Die Ungarn wissen schon, dass sie hier sich zurückziehen können in Ruhe. Na gut. Kriegsteuern werden wir verlängern. Ah, da kommen nochmal niederländische Truppen. Oh, zwei Aufstände. Machen mal Gewaltmarsch und kümmern uns um den Größeren. Als erstes. Oh, wir kommen aber wahrscheinlich zu spät, oder? Nein, wir kommen noch rechtzeitig. Kein Gewaltmarsch mehr und dorthin. Wie sieht es mit den Rebellen aus? Ja, es wird langsam etwas gefährlich, aber noch geht das. Wo sind denn eigentlich die restlichen Rebellen hin? Dann rekrutiere ich hier mal kurz eine Söldnereinheit. Ganz einfach. Oh, da kommen die Ungarn. Oh, die Festung fällt aber auch nicht. Die Festung fällt einfach nicht. 71% und wir haben kein Glück, dass die Festung fällt. Sie greifen uns hier wieder an. Ich hoffe doch, dass die Niederländer kommen. Ja, mit Gewaltmarsch kommen sie. So, aber wir haben kein Gelände im Malus, weil das ja unsere Festung ist. Die Niederländer ziehen sich schon wieder zurück. Sie sehen, dass wir das alleine schaffen. Oh, ja. Wir haben es auch geschafft. So, jetzt 71%. Die Festung muss doch jetzt fallen. Ja, aber wie gesagt, die Ungarn sind stärker, als man denkt. In Luka bekommen wir was? Wo ist denn... Hier ist Luka. 10, 8, 3. Hm. Was lohnt sich denn? Ich würde sagen, eine Grundsteuer. Und ein gemeinsames Interesse. Wir bekommen die Chance auf 100 administrative Macht. Ja. Die haben wir auch bekommen. Lohnt sich denn jetzt hier... Ja, was lohnt sich eher noch? Die Technologie? Ich glaube, die Technologie sollten wir uns schon noch holen. Bevor wir hier wieder auf Ideen gehen. Ist, denke ich, noch sinnvoll. So, ist der Söldner mittlerweile ausgehoben? Ja. Der darf hier mal zurückerobern. Und wir wollen Ferrara zurückerobern. 71%, die muss jetzt fallen. Ja. Sehr gut. Das heißt, als nächstes marschieren wir mit ganz geschwächten Truppen. Ähm. Mal hier vorwärts. Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt. Könnte es bald zum nächsten Krieg kommen. Und schaut mal hier oben. Das sind die geschwächten ungarischen Truppen. Vielleicht können wir die erwischen. Wenn wir nach Norden gehen. Was? Rebellen? Erfolgreich? Jetzt haben die sich weggebewegt. So. Hier erobern wir das zurück. Hatten die nicht gerade noch weniger Moral? Verdammt, die hatten noch weniger Moral. Jetzt sind wir da reingelaufen und haben das nicht gesehen. Was soll denn das? Da war doch gerade noch kaum Moral. Auf jeden Fall haben die Ungarn ganz viele Mali. Aber wir haben echt wenig Truppen. Die Niederländer müssen kommen. Und zwar schnell. Sie kommen auch. Wir haben die Schlacht auch so gewonnen. Okay. Können wir hier nochmal die Ungarn stellen? Scheinbar nicht. Pest wurde auf jeden Fall auch erobert. Die Hauptstadt. Sehr gut. Und hier haben wir endlich auch diese Rebellen bekämpft. Gut. Ja, liebe Freunde. Die Allianz wird aufgelöst mit Russland. Nein. Das darf nicht geschehen. Da müssen wir gleich noch einen Diplomaten hinschicken, bevor ich es vergesse. Denn ich wollte gerade sagen, die Folge ist am Ende angekommen. Können wir noch irgendwie anders? Wahrscheinlich nur sehr teuer. Können wir es noch machen? Wir schicken jetzt erstmal noch einen Diplomaten. Das Bündnis mit Russland ist mir schon wichtig. Das gefällt mir nicht. Ja, liebe Freunde. Der Krieg wird noch weitergehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Alles Gute. Euer Gaius Julius Cäsar. Ich hoffe, ihr seid wieder.